Aber ganz schön knapp. Aber mal ist es, aber mal ist es. Ihr sagt jetzt auch nichts, was jemand sagt. Nicht, wenn es geht. Nie lasst in meiner Haut aus den Augen. Ach, hör schon auf. Es ist wirklich nicht lustig, zwei Leidwester zu haben, die immer auf einen aufpassen. Oh, Schade, du tust mir wirklich leid. Es muss schrecklich sein, als frisch auszuwachen. Wenn einem alle Wünsche erfüllt hat. Wenn man jede Menge die Naht. Wenn man nie fest wie mal eine Aufräume muss. Hey, war nicht so gemein. Was ist das für ein blauer Zeitbuch, das du da mit dir rumbringst? Sind wir der Zeit, hast du uns da weggelassen? Du darfst keinen Sinn davon erzählen. Versprochen? Hey, ich bin Farid, dein Freund. Doch es ist so ängstlich, das kenne ich doch gar nicht von dir. Ich bin nur vorsichtig. Wie es aussieht, bin ich einem unglaublichen Geheimnis auf die Spur gekommen. Was denn für ein Geheimnis? Nicht so laut. Hier, in diesem Buch, steht etwas über ein anderes Land. Was ist ein anderes Land? Ein Land, das anders ist als unseres. Aber es ist kein anderes Land. Das muss ein Märchen sein. Ich bin sicher, dass es kein Märchen ist. Aber es ist auf dieser Welt kein Land, außer unserer wunderbaren Modarther. Das seid ihr ja. Das seid ihr ja. Aber so war es doch auch. Aber so war es doch auch uns. Ja, ich bin sicher. Aber so war es doch auch uns. Also war es doch auch uns. Dat ist ja auch uns. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch ein paar Mal. Und dann? Das ist ja auch ein bisschen. Aber so war es doch auch uns. Und dann haben wir uns. Musik Musik Musik